herzlich willkommen far cry 4 heißt dieses geile spiel ich liebe es immer noch blinkt noch eine ganze menge ein büchlein du bist aber nicht tot du ommel herstellung köderbeutel ach komm was soll es warum so oder so nicht zielen takedown ich weiß nicht allzeitbereit waffen wechseln und zielen ist vom vorteil machen wir mal die rechte später mit geschwindigkeit mit der dinge repariert wird deutlich erhöht die kamera zeigt nun sammelbare objekte an und erlaubt es ihm mit einem wegepunkt zu versehen machen wir auch mal wongales tagebuch 3 von 20 noch 1 bis zur nächsten belohnung fette elefant geil vor allem das ist ein freund der ist grün aber und ich kann ihn nicht reiten leider hey dicki bruder warte ich brauch doch ich brauch doch hier fähigkeit warte da kostet zwei leck mich kacke digga du wirst mir noch viel dienen ist ja gut renn mich weg so mein freund ach die kommentare fahren Willkommen. Moin. Kommt ihr. Alter, ich habe schon wieder 50 GB aufgenommen. Oho, 50 GB, fuck. Ich weiß ganz genau, ich habe mit 780 GB freiem Speicher auf meiner Platte angefangen. Jetzt habe ich nur noch 730. Genau, ach, 50 GB. Oh. Oh, in einer halben Stunde muss ich schon wieder aufhören. Ey, das ist ja Far Cry schon fertig. Geil, dann kann ich rendern und Sunset Overdrive. Oh. Glück gehabt. So, es wird dunkel. Ich muss nochmal die Nase ausschnommen. Ich habe da irgendwas in der Nase so... Also dieses Pfeifen von diesen Paralen, ne? Das geht ganz schön aufs Ohr. Gerade, wenn man Kopfhörer auf hat. Ja. Das dauert so lange. Und dann da oben der Glockenturm. Na komm. Lauf. Lauf, AJ. Lauf. Lauf, Forrest. Oh, hey. Gude. Wie läuft's Geschäft? Ich kann dich leider nicht unterstützen. Ich habe mir schon alles gekauft. Äh, kauft. Gekauft. Oh, hier ist es ja schon. Oh, ich komme von hier rein. Na, das ist natürlich... Nee. Biggie Smalls, mein alter Freund. Mein alter Kumpel. Oh, mein alter Kumpel. Okay. Aber ich höre... was Größeres in der Nähe. Hallo. Ich kann's mit dem Wurfmesser probieren, oder? Ich geh mal hier hoch. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Also, wir... Biggie Smalls ist wieder da. Fetty McFett. Und nicht... Und er ist nicht alleine. Er hat Verstärkung. Nur die Schweine hier. Ich könnte schwören, da er wäre noch... Okay. Hilfe ist unterwegs. So, Biggie Smalls kommt ran. Hier kommt Hilfe. Wir können nicht bieten. Ha. Nee. Glaubst du's? Ja. Ah. 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 Smolz ist weg. Was geht da denn bitte? Das gucke ich mir nochmal in der Aufnahme genauer an. Da säbeln wir den Guten einfach weg, ey. Einfach so. Da liegt er. Da liegt der Sack. Der liegt da einfach. Da. Kondom. Oh. Da. Da liegt der Hohen Sohn. Da liegt der Drecksack. Einfach so. Ey, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege. Hallo. Medikid. Munition. Ein Strang. Verkaufen. Schnellverkauf. 62.000 Rupeen. Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Digga, du musst mir nicht hinterherlaufen. Ja, auf. Kusch. Weg dir. Für den goldenen Pfad. So. Jetzt geht's da hin und dann nächste Folge ist das L dran. Vorsicht. Ein Adler greift auf. Ah, ich brauch keinen Adler. Tschüss. Oh, ich hätte fast den Verkäufer umgefahren. Na, komm. Nach rechts. Noch einer. Oh. Frau. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Der goldene Pfad werft aufgabend. WMW. So. Kletter, 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 kletter. Bob. Moment, bevor ich hier weitermache. Ich guck mal kurz was. Okay. So. Zimmer. Ups. Das war doch... Das war doch nicht gewollt. Ich wollte den Hund umbringen. Zettel. Turmrequittierung. Mein Bruder wurde mal wieder von seiner Frau rausgeschmissen. Deshalb lasse ich ihnen nichtsnutziges Säufer für eine Weile im Glockenturm wohnen. Er ist ein Taugenichts. Aber er ist immerhin mein Bruder. Wenn ihm etwas zustößt, mache ich euch verantwortlich. Sgt. Miser... 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 Oh, Munition. Oh, noch mehr Munition. Also, Rupien kriegst du hier wie Heu am Meer. Äh, Heu am Meer? Was? Nein. Kugel ist sicher. Ähm. Mh. Lass mich in Ruhe. Entschuldigung. Wo komme ich denn da rein? Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. So. Kurzer Prozess. Hä, da ist die Leiter. Rauf geht's. Oh, nee. Jetzt fängt die schon wieder an zu labern. Ja, ja, ja. Pargamin, Pargamin, Pargamin. Ich gebe dem Arsch einen Einlauf, wenn ich hier fertig bin. Der Typ wird euch umbringen. Das wäre geil gewesen, wenn von, äh, Citra... Das heißt hier doch, gell, Citra? Citra. Äh, Pargamin, äh, von Citra, der Mann wäre. Das wäre geil. Wah. So, darin. Also, diese Funktürme hier. Ah, Glockenturm. Sind definitiv unübersichtlicher als die guten alten Funktürme aus Far Cry 3. Äh, Todesstrafe. Äh, äh. Langweilig. Die dann rechtlich erschaffen. Wah. Ah, ich scherb dir gleich. Das fuckt so ab. Man will so schnell wie möglich da hoch und das ausmachen. So, sind wir jetzt oben? Danke. Sind überhaupt die Lautsprecher? So, schnauze ich jetzt. Ah. Endlich Ruhe. Nice. Da reißt ein Tiger in Bär. Geil gemacht. Oh, Pfeile. So, gut. Dann mach ich mal einen Folgencut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier bei diesem kleinen schönen L hier, ne? Kann ich da Schnellreise hin machen? Geht das? Ne? Na, na gut. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Da treffen wir unseren alten Freund, Gilles Mauls wieder. Da freue ich mich doch. Und er wird uns in Zukunft noch ein bisschen öfters, glaube ich, bebiegnen. Aber vor allem zwei Schüsse und der ist weg. Also, ich glaube, wir haben da ein bisschen was drüber gemacht, weil der war ja vorher bald unbesiegbar. Das war richtig schwer, ihn zu bekommen. Aber jetzt ist er definitiv weniger geschützt heute von hinten. Also, wir schauen wieder in Zukunft mit unserem Freund zurechtkommen. Also, wir schauen wieder in Zukunft. Wir schauen wieder in Zukunft.